Hallo, ich bin Kuko von Kenhub und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Heute besprechen wir den Lymphabfluss der weiblichen Brust. Ich werde euch in diesem Tutorial also die Lymphknoten zeigen, die die Lymphflüssigkeit aus der Brust und ihrer Umgebung drainieren. In dieser Abbildung seht ihr die linke Brust aus der ventralen Ansicht. Der Großteil der drainierenden Lymphknoten befindet sich in dieser Region hier, der Achsel. Nachdem wir die Anatomie der einzelnen Lymphknoten der weiblichen Brust besprochen haben, werde ich noch auf die klinische Relevanz dieser Lymphknoten und ihre Rolle bei der Metastasierung von Krebszellen eingehen. Bevor ich euch die Lymphknoten der weiblichen Brust zeige, gibt es einen kurzen Einschub zur grundlegenden Anatomie des lymphatischen Systems. Jeder Lymphknoten weist zuführende und abführende Lymphbahnen auf. Die zuführenden oder afferenten Bahnen transportieren Lymphflüssigkeit zum Lymphknoten. Die abführenden oder afferenten Bahnen transportieren die Lymphflüssigkeit weg vom Lymphknoten. Abführende Lymphbahnen münden dann in eine Vene, einen Lymphgang oder einen anderen Lymphknoten. Lymphknoten können Lymphflüssigkeit also sowohl von afferenten als auch von efferenten Lymphbahnen erhalten. Die weibliche Brust kann in vier Quadranten eingeteilt werden. Einen kraniomedialen, einen kaudomedialen, einen kraniolateralen und einen kaudolateralen Quadranten. Diese Einteilung der Brust hilft beim Verstehen des Lymphabflusses. Als erstes betrachten wir die Achsellymphknoten. 75% der Lymphflüssigkeit der weiblichen Brust trainiert in diese Lymphknoten, vor allem aus den lateralen Quadranten. Die Achsellymphknoten können in sechs Gruppen eingeteilt werden. Es gibt die pektorale, die apikale, die subskapuläre, die brachiale, die zentrale und die interpektorale Gruppe. Jetzt zeige ich euch die einzelnen Gruppen der Lymphknoten etwas genauer. Die pektoralen Achsellymphknoten, die nodi lymphoidei axilaris pectoralis, befinden sich entlang des Verlaufs der Arteria und Vena thoracica lateralis. Sie trainieren die Lymphe der ventrolateralen Haut und aus den Muskeln der Brustwand sowie aus den lateralen Quadranten der Brust. Wenn sie vergrößert sind, könnt ihr sie bei der klinischen Untersuchung im medialen Teil der Achsel am Rand des Musculus pectoralis major und der vorderen Achselfalte tasten. Weiter dorsal befinden sich die subskapulären Achsellymphknoten, die nodi lymphoidei axilaris subscapularis. Sie liegen an der dorsalen Wand der Achsel entlang des Verlaufs der Arteria und Vena subscapularis. Sie erhalten ihren Lymphzufluss von der Haut und den Muskeln im unteren hinteren Halsbereich sowie der dorsalen Thoraxwand. Die dritte Gruppe der Achsellymphknoten, die letztlich in die zentrale Gruppe trainieren, sind die brachialen Achsellymphknoten, die nodi lymphoidei axilaris brachialis. Sie befinden sich medial der Vena axilaris und trainieren auch einen Großteil der Lymphflüssigkeit des Arms. Diese drei Gruppen der Achsellymphknoten, die wir bis jetzt besprochen haben, trainieren alle in die zentralen Achsellymphknoten, die nodi lymphoidei axilaris centralis. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.